Musik Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu unserer Jahrespressekonferenz. Wir stellen Ihnen unser Programm vor und wir stellen Ihnen unsere zweite Ausgabe unseres O-Tons vor, das wir unter das Thema Schönheit gestellt haben. Es gibt so typische Boreko-Programme. Das ist wieder so ein typischer Boreko. Meistens sind ganz große Überraschungen drin, nicht unbedingt nur neue Stücke. Und so ein Programm gibt es unter dem Titel Keine Geigen. Ich finde, das Werk bestimmt verdient eine Präsentation in so eine Saale wie Tontrale. Seit gestern gibt es im Android-Store die Tonal-App für die Android-Smartphones und in ca. 10 Tagen wird es auch eine entsprechende Version für das iPhone-Konzertkameras exklusiv in dieser App. Für all die, die wie gesagt nicht so richtig wissen, aber einfach mal Lust haben, sich helfen zu lassen. Hier werden Sie geholfen sozusagen. Gut, wie denn ihr habt noch mit einem schönen Tag vulnerability. Jakob? Wie geht es noch? Untertitelung des ZDF, 2020